Der heutige Abend ist in einer bestimmten Glaubensrichtung der sogenannte Heilige Abend. Die zwei darauf folgenden Tage ist Weihnachten, das sogenannte Fest der Liebe. Ich werde dir in diesem Video erklären, weshalb das Fest der Liebe mit Liebe leider gar nichts zu tun hat und weshalb dennoch viele verschiedene Kulturen, Glaubensgemeinschaften und demnach auch ganze Gesellschaften immer wieder so sehr daran festhalten, immer wieder auch versuchen, das für einen gewissen Zeitraum anzunehmen, zu praktizieren und für sich das Beste daraus zu machen. In den meisten Fällen geht es den Menschen darum, dass sie Geschenke geben können und dass sie Geschenke annehmen können. Es ist so gesehen ein Austausch von Wertmaterial, wenn man das Ganze mit Geld aufwiegt. Es gibt natürlich aber auch sehr persönliche Geschenke, bei denen es nicht um das Geld geht, sondern darum, dass man an jemanden gedacht hat. Vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht aber auch bei den Freunden oder dem erweiterten Umfeld. Dennoch ist das Geschenke machen und Geschenke annehmen ein ganz großer Bestandteil geworden dieser Kultur und auch dieser Tradition, denn das wurde daraus gemacht. Den allerwenigsten Menschen geht es darum, dass sie ihre liebsten Menschen um sich herum haben, dass sie sie sehen können, dass sie mit ihnen sprechen können, dass sie sich austauschen können und dass sie eine gemeinsame, schöne Zeit verbringen. Aber auch das ist ein Motiv, welches grundlegend erst einmal nichts mit Liebe zu tun hat. Denn wenn man sich anschaut, um was es geht, was die Gesprächsinhalte sind, wie man einander begegnet, wie man auch sich wieder trennt, dann hat das alles nichts mit Liebe zu tun. Denn es ist irrsinnig zu denken oder zu glauben, dass die Liebe im Außen gesucht werden muss. Deshalb ist auch ein Fest der Liebe völlig undenkbar, völlig irrational und hat mit der Wahrhaftigkeit gar nichts zu tun. Denn jeder Mensch trägt die Liebe in sich und die Liebe, die kann immer nur gegeben werden. Die Liebe anzunehmen ist etwas völlig anderes, wie das, was immer und immer wieder durch die sogenannte Ego-Liebe vermittelt wird. Zu der Ego-Liebe gehört es, Geschenke zu machen, weil man davon ausgeht, dass sich der Gegenüber darüber freut, was man ihm schenkt. In Wirklichkeit freuen sich die allerwenigsten Menschen über die Geschenke, die sie bekommen. Sie freuen sich nicht über das Geschenk an sich, sondern sie freuen sich eher daran, dass der andere an sie gedacht hat. Es ist so gesehen damit wiederum eine Abhängigkeit, die sich dadurch befriedigen lässt. Eine Abhängigkeit, die daraus resultiert, dass man selbst in einer Unsicherheit des eigenen Selbstbewusstseins ist. Das heißt, das Selbstbewusstsein wird damit letztlich befriedigt, damit man vom Außen Wertschätzung bekommen kann und diese Wertschätzung dafür dienlich ist, dass man sich daran erfreut. Man erfreut sich in Wirklichkeit an seinem eigenen Ich. Man erfreut sich nicht an der Blume, die man geschenkt bekommt. Man erfreut sich vielleicht nicht an dem materialistischen Geschenk, welches gekauft wurde. Man erfreut sich letztlich darin, dass man Zuwendung bekommt. Jemand, der sich freut, Zuwendung zu bekommen, der lebt schon in einem gewissen Mangel. Zuwendung zu bekommen und diese unbedingt auch nötig zu haben, ist nicht ein Zustand, in dem der Mensch frei ist. Denn er ist gebunden daran, dass die Abhängigkeit befriedigt werden muss. Sonst würde er sich darüber nicht so immens freuen. Sonst würde er das überhaupt gar nicht wollen. Denn der Mensch, der bei sich ist und seine Liebe ausstrahlt, den interessiert es nicht, ob er ein Geschenk bekommt oder ob er gar kein Geschenk bekommt. Weil es ihm nur darum geht, für sich letztlich das auszustrahlen und das zu geben, was er ist. Liebe. Demnach kann auch aus der Liebe kein Fest gemacht werden. Denn Liebe ist immer. Das ist kein bestimmter Zeitraum, der sich auf zwei Tage beschränkt. Es ist auch nicht etwas, was du sehen oder anfassen kannst, in Form von Geschenken oder in Form von Objekten. Das heißt, Familie, Freunde, Bekannte. Natürlich sagst du jetzt vielleicht, dass es doch aber schön ist, wenn man mit diesen Menschen zusammensitzt, wenn man sich austauscht, wenn man dem Gegenüber zeigt, dass man ihn mag. Natürlich ist das etwas Schönes. Aber die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, warum machst du das? Die allermeisten machen das für sich. Sie machen es nicht für die anderen, indem sie geben, sondern sie machen es, um sich selbst damit zu befriedigen. Das Ego, welches genau diese Bestätigung möchte, diese Bestätigung von Nähe, Geborgenheit und letztlich auch eben der Bestätigung, dass an einen gedacht wird. Das alleine, wenn man sich das einmal vor Augen führt, ist so irrsinnig, dass man hierbei immer versucht, Ausflüchte zu finden, wenn man das so ganz klar kommuniziert bekommt. Da heißt es, nein, 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 mir geht es hauptsächlich darum, dass ich einfach in einem schönen und vor allem energiereichen Umfeld bin. Dieses energiereiche Umfeld, das brauchst du nicht, weil das hast du in dir. Du bist ein sehr großes Energiefeld. Und du kannst geben, du kannst geben und geben und geben und wirst davon nie erschöpft sein. Wenn du aber Ego-Liebe gibst, dann wirst du erschöpft sein, weil das dich immer weiter ins Leid stößt. Es stößt dich so weit ins Leid, dass du dich in diesem Mangel befindest, dass du vom Außen das wieder zurückbekommen möchtest. Du möchtest es nicht nur, du brauchst es, weil es für dich eine gewisse Notwendigkeit bekommen hat, entweder weil du so schon aufgewachsen bist, was bei den meisten der Fall ist, oder aber weil du dich in einer Situation befindest, in der noch in ganz vielen anderen Bereichen Defizite da sind, die du versuchst, damit zu kompensieren. Und wenn wir uns anschauen, was eben in Wirklichkeit in den jeweils eigengeschaffenen Realitäten passiert, dann hat das nichts mit Liebe zu tun. Es ist ein Gegeneinander aufschaukeln, ein sich bemessen, ein sich werten, was immer und immer wieder auf ganz vielen verschiedenen Familienfeiern stattfindet. Liebe ist bedingungslos und hat nichts damit zu tun, dass man den Gegenüber bewertet, dass man sich vergleicht, dass man darüber spricht, was man sich in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten seit dem letzten Zusammentreffen gekauft hat, dass man besser dasteht als der Gegenüber, auch wenn es doch eine Familie ist. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das ist das, was die allermeisten Menschen praktizieren. Und sie nehmen dabei das Wort Liebe in den Mund und versuchen auch noch wirklich zu denken, dass das Liebe ist. Denn man fühlt sich ja wohl und wenn man sich wohlfühlt, dann ist das doch ein schöner Moment. Ja, wenn du dich wohlfühlst, wenn das Ego sich wohlfühlt, in der Illusion, welches es selbst erzeugt, dann heißt das noch lange nicht, dass es auch allen anderen Menschen dabei gut geht und dass die sich wohlfühlen. Denn ich bin mir sicher, wenn die Menschen mal ehrlich wären, wenn sie frei heraussagen dürften, was sie zu sagen haben, wenn sie ihr Innerstes nach außen stülpen würden, was ja fast niemand mehr macht, weil sie alle angstgetrieben sind, dass sie dadurch verletzbar sind, dann würde dabei herauskommen, dass sich kaum noch einer wohlfühlt. Dadurch, dass das Ganze dann aber durch das Ego-Zusammentreffen überspielt wird, geht es komischerweise allen gut. Sie sind darin bestrebt, einen schönen Moment zu generieren. Doch dieser schöne Moment ist Illusion, ist nahezu Lüge. Denn er baut auf fiktiven Fakten auf, auf Gefühls- und Motivszuständen, die gar nicht da sind, die in Wirklichkeit ganz anders aussehen. Dadurch, dass man aber dem Gegenüber das vermitteln möchte. Denn das Ego möchte immer stark sein, es möchte präsent sein, es möchte immer siegen, es möchte gewinnen. Und es kann nur gewinnen, wenn ich immer mich als das Beste, als das Schönste und als das Wichtigste darstelle. Die meisten Menschen würden das immer leugnen. Denn aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sichtweise heraus, ist das nicht so. Wenn man aber ganz tief gräbt und wenn man alles das tatsächlich auseinander nimmt, was der eine oder der andere äußert, dann läuft es genau darauf hinaus. Weil jemand, der das Gegenteil im Gespräch immer und immer wieder sagt, im Sinn des Leids, dass er sagt, mir geht es so schlecht und ich brauche Hilfe und ich bekomme diese Hilfe nicht. Diese Aussage des selbst erschaffenen Leids ist ja auch nur ein Magnet, um Hilfe, um Aufmerksamkeit, um Wertschätzung anzuziehen. Und demnach führt es dennoch dazu, dass das Ego ganz oben stehen möchte. Du musst nicht der Proll sein in der Gesellschaft, in der Familie, der sagt, schau mal, ich habe dies, ich habe das und ich habe jenes und bald kommt das Haus und mein Boot und das Auto. Das ist eine Seite. Aber die andere Seite, das Leid aufzuzeigen, andere Menschen mit ins Boot zu nehmen, das ist die andere Seite. Und beide Seiten führen genau den gleichen Weg. Sie sind letztlich dafür bestimmt, Befriedigung und Wertschätzung durch mangelnde eigene Sicherheit, durch mangelnden eigenen Halt aus sich heraus zu generieren. Und alles das hat mit Liebe nichts zu tun, denn Liebe ist vollkommen. Liebe ist nicht etwas, was durch das Außen an dich herangetragen werden muss oder überhaupt kann. Denn Liebe ist in jedem von uns. Wenn er diese Liebe findet, wenn er diese Liebe sieht und wenn er diese Liebe ist, dann braucht er all das nicht. Dann braucht er nicht das Fest der Liebe, dann braucht er nicht 20 Menschen, die um ihn herum sitzen, damit er einen schönen Tag hat oder sie. All das ist dann nicht mehr notwendig, wenn ich erkenne, woraus meine Motive, meine Ziele, meine Begierde, meine Leidenschaft entsteht. All das ist nur hier oben. Aber die Liebe, die findet nicht hier oben statt, sondern sie findet hier statt. Und sie findet tiefer gesehen überall statt. Und das ist das, was du erkennen kannst. Und dann, wenn du es erkennst, wirst du dich darüber todlachen. Du wirst dich nicht mehr einkriegen, wenn du dann einmal dir anschaust, was die Menschen aus dem Fest der Liebe machen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob dich das angesprochen hat. Ob du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Und wie verbringst du den heutigen Abend und die nächsten zwei Tage? In der Liebe? Bei dir? Oder im Außen? In der Ego-Liebe? Lass es mich wissen, wenn du mir das teilen möchtest, in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dich weitergebracht hat, deine eigene Liebe, dich selbst zu erkennen, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die diese Ego-Liebe jeden Tag und nicht nur am Fest der Liebe praktizieren und es wahrhaftig für die Liebe halten, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir oder jeden gestarteten Livestream angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingmar.